Alois Winterling ist ein deutscher Althistoriker. Er ist Professor an der Humboldt-Universität zu Berlin. Winterling studierte von 1974 bis 1981 Geschichte und Germanistik an der Universität zu Köln. Das Studium schloss er 1981 mit der ersten philologischen Staatsprüfung ab. 1984 wurde er bei Johannes Kunisch an der Universität zu Köln mit einer Untersuchung zum frühneuzeitlichen Hof von Köln promoviert. Von 1986 bis 1992 war Winterling an der Ludwig-Maximilians-Universität München als akademischer Rat- und Oberassistent tätig. 1992 habilitierte er sich im Fach Alte Geschichte und nahm 1993 eine Professur für Allgemeine Geschichte unter besonderer Berücksichtigung der Alten Geschichte an der Universität Bielefeld an. 2002 wechselte er auf eine Stelle als ordentlicher Professor für Alte Geschichte und Historische Anthropologie an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, wo er Ende 2004 Prodekan der Philosophischen Fakultät wurde. Seit dem 1. Oktober 2007 war Winterling als Nachfolger von Jürgen von Ungern-Sternberg Professor für Alte Geschichte an der Universität Basel. Seit Februar 2009 ist er als Nachfolger von Klaus-Peter Johnne Professor für Alte Geschichte an der Humboldt-Universität zu Berlin. Winterling war geschäftsführender Direktor des August-Böck-Antike-Zentrums der Humboldt-Universität. Vor allem ist er als Autor mehrerer Monografien und Aufsätze zum Thema Hof und Monarchie in der Antike und in der frühen Neuzeit hervorgetreten, zu. Diesen Thema hat er auch mehrere Aufsatzsammlungen herausgegeben. Winterlingsansatz dabei ist zum einen der Diakrone-Vergleich mit Höfen insbesondere der frühen Neuzeit. Außerdem hat er vorgeschlagen, die Top-Eu-Antiker und moderner Hofkritik etwa an informellen Hofstrukturen wie Intrigen und Klikenbildungen nicht zu reproduzieren, sondern die kommunikativen Strukturen an Höfen auch die informellen als solche ernst zu nehmen und zu analysieren. Weitere Forschungsschwerpunkte sind der griechische Philosoph Aristoteles und der deutsche Soziologe Max Weber. Des Weiteren legte Winterling eine viel beachtete Biografie des umstrittenen römischen Kaisers Caligula vor, die in mehrere Sprachen übersetzt wurde. Darin bemühte er sich, das durch die negative Darstellung in der senatorischen Geschichtsschreibung geprägte Bild Caligulasch als einem vom »Cäsaren Wahnsinn« befallenen Herrscher zu korrigieren. Caligula sei er ein zynischer Machtmensch gewesen, der die Absurdität der Herrschaftsstrukturen in der frühen Prinzipatszeit durch drastische Aktionen aufgezeigt und sich ständig im Konflikt mit der senatorischen Oberschicht befunden habe, die ihn schließlich beseitigt und ihm um sich zu rechtfertigen »Wahnsinn« zugeschrieben habe. Winterling ist Berater der Zeitschrift Historia sowie Herausgeber der Schriftenreihe Campus »Historische Studien« des Campus Verlags. Außerdem gibt er die Enzyklopädie der griechisch-römischen Antike heraus. Schriften Monografien der Hof der Kurfürsten von Köln 1688 bis 1794 Eine Fallstudie zur Bedeutung absolutistischer Hofhaltung Bonn 1986 ISBN 3-79280492-1 Aula Cesaris Studien zur Institutionalisierung des römischen Kaiserhofes in der Zeit von Augustus bis Commodus Habel, Oldenburg, München 1999 ISBN 3-486-561952 Kaligula Eine Biografie C. H. Beck, München 2003 Aufel 2004 ISBN 3-406-50206-7 Politics and Society in Imperial Room Malden U. A. 2009 Herausgeberschaften zwischen Haus und Staat Antike Höfe im Vergleich Oldenburg, München 1997 ISBN 3-486-644238 Komitatus Beiträge zur Erforschung des spätantiken Kaiserhofes Akademie Verlag Berlin 1998 ISBN 3-05003-2103 Mit Tassilo Schmidt und Wilfried Schmitz Gegenwärtige Antike Antike Gegenwarten Kolloquium zum 60 Geburtstag von Rolf Rillinger Oldenburg, München 2005 ISBN 3-486-56754-3 Historische Anthropologie Steiner, Stuttgart 2006 ISBN 3-515-08905-5 Zwischen Strukturgeschichte und Biografie Probleme und Perspektiven einer neuen römischen Kaisergeschichte München 2011 Mit Natascha Zoig und Ulrike Wolfeid Palast und Stadt im selbischen Rom Stuttgart 2013 Der hier 10. Treibוש Etwas